UNTERTITELUNG 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 Guten Morgen miteinander, wie geht's? Ich engagiere mich am Universitätsspital Zürich zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen fürs Wohl unserer Patientinnen und Patienten. Unser Wissen beruht auf über 180 Jahren Forschung und Innovation. Wir teilen es und geben es weiter. Wir schauen jeden Tag dafür, dass unser Vorsprung und unser Wissen allen Patienten zu gut kommt. Das Universitätsspital Zürich ist auch eine vorbildliche und international anerkannte Institution zur Aus-, Weiter- und Fortbildung. In 43 verschiedenen Kliniken und Instituten lösen wir gemeinsam die unterschiedlichsten Gesundheitsprobleme. Ich denke, das stimmt sehr gut damit überein, was wir schon intern besprochen haben. Die enge Vernetzung mit der Universität Zürich, den ETH, den anderen Spitälern und den zuweisenden Ärzten ist unsere Stärke. Über 1200 Ärzte und 2400 Pflegende arbeiten Hand in Hand und fachübergreifend zusammen. Das ist vor allem dann entscheidend, wenn es darauf ankommt. Wir pflegen mit unseren Partnern einen engagierten und respektvollen Umgang. Und wir schauen dafür, dass alle Menschen, die unsere Hilfe brauchen, eine individuelle Behandlung bekommen. Wir sind für alle hier. 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Gemeinsam mit über 8000 Kollegen setzen wir uns dafür ein, dass unser grosses Wissen allen Patientinnen und Patienten zugute kommt. Wir sind das Universitätsspital Zürich. Wir sind das Universitätsspital Zürich.